Hey Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Hans. Ich spiele heute Be Moody und Mood ist ja englisch und heißt auf deutsch Laune. Und ich hoffe, ihr geht mit einer super Laune ins Wochenende. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und bis dahin viel Spaß und Tschüss.